So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Mini Metro. Das letzte Mal hatten wir Kairo gespielt, diesmal ist Istanbul dran. Mal so kurz gucken, ob es passt. Also wie gesagt, Kairo haben wir ganz knapp über die 500 Bevölkerung gehievt, äh, Fahrgäste gehievt. Mal schauen, wie es in Istanbul wird. Verbinde zwei Kontinente, indem du den Bosporus an dieser Kreuzung mit zwei Etagen überbrückst. Mit zwei Etagen? Schauen wir mal, was damit gemeint ist. Erstmal außen rum. Lalalala. Machen wir doch mal so nur. Wir haben jetzt noch unsere drei ersten Linien erstmal verbraucht. Drei Lokomotiven sind auch unterwegs. Was mich ärgert ist aktuell, dass die grüne Linie noch nicht mit dem Quadrat verbunden ist. Ich könnte die zwei hier rüber und dann da hinziehen, aber... Okay, jetzt müssen wir was ändern. Komm, wir setzen blau hier rüber. Oh Gott, wir verbinden grün mal mit Viereck. Ein Dreieck. Dreieck. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Ah ja, was du kriegen kannst. So, brauchen wir Tunnel, brauchen wir Waggons. Komm, wir nehmen mal einen Waggon. Grün ist echt lang, du kriegst mal einen Waggon spendiert. Ach komm, du kriegst auch noch einen extra Wagen. Äh, einen extra Zug. Blau. Blau. Lass mal grün hier hinten lang fahren. Blau ist hier. Äh, papalala. Ja. Grün, grün, grün. Oh ja. Bevölkerung, ähm, Fahrgäste haben hier 100 erreicht. Für die meisten Freischaltungen müssen wir 500 erreichen. Ja. Jetzt macht eigentlich Istanbul ein Recht. Die Schillingeindruck. Und, kommt mal noch eine Raute dazu. Dürfte aber jetzt auch nicht das Problem sein. Komm, wir nehmen eine Bahnlinie. Wir haben einen Tunnel. Wir haben einen Tunnel. Ja. Vielen Dank. Wir haben einen Tor. Ja. Oh, 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 oh. Kreis kommt, nehmen wir auch noch mit. Ein wenig Abwechslung, wir sind jetzt an der 200er Grenze. Oh, kommt doch nicht noch mehr Kreise. Ich glaube nicht die Kreisinsel hier, bis auf das eine Dreieck. Das ist ein wenig Abwechslung. Das ist ein wenig Abwechslung. Das ist ein wenig Abwechslung. Kreisträg, zack, zack. Einweg nur zur Entlastung. Das ist ein wenig Abwechslung. Das ist ein wenig Abwechslung. Das ist ein wenig Abwechslung. Warum? Warum nur Kreise? 330 Fahrgäste. Endlich mal Abwechslung hier. Platz da, hier kommt die Feuerwehr. Platz da, hier kommt die Feuerwehr. So, dann haben wir fast die 400 erreicht. Platz da, hier kommt die Feuerwehr dicht. Ein log. Und diesmal neben mir Tunnel. heilige 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 danke um Blöd So Kollege, nimm was mit Rette unseren Arsch Die Strecke wird immer länger, aber wir haben jetzt 550 Und noch ein bisschen Pink, baue mal ein paar Dinger weg Neue Loktunnel haben wir Ach komm, wir verbinden es mit grün Wir haben noch eine Lok zur Entlastung Und noch ein paar Dinger Ich hoffe, das bringt was. Ähm, Kreis. Oh, Pink rebelliert dort drüben schon. Oh, oh, oh. Pink, nehm was mit, bitte, bitte, bitte. Pink, du spinnst doch. Komm, Pink, bitte, 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 nehm. Nehm was mit. Okay, das ist unser Tod. Der hat schon nichts mitgenommen. Und der nächste Pink auch nicht. Puh, scheiße. Gut, 800 und Apple-Stückchen. Fahrten insgesamt verärgerte Fahrgäste. Fünf Stück. Bevölkerung gucken wir mal, 106. Stationen hatten wir 32. Oh, das ist schon gut. Streckenlänge 2,2.000 km. Fahrtenlänge. Oh, recht kurze Fahrten. So muss es sein. Wartezeit. Hm, hatte ich gehofft, dass es ein bisschen niedriger ist. Umstiege. Das ist eigentlich ein recht hoher Wert. 60. 64. Gut, dann zurück zum Menü. Das war jetzt eben Istanbul. Ich sage Tschüss und Schau bis zum nächsten Mal. Dann werden wir uns in Shanghai amüsieren. Das war jetzt auch noch heute. Kommst. 批�� dł先.